Die BILD-Zeitung titelt Vernichtet die Ampel unsere Wirtschaft? Experten alarmiert. Albtraumjahr 2023 erwartet. Das wollen wir uns in diesem kurzen Video jetzt mal etwas näher anschauen. Gehen wir mal auf diese Seite. Hier steht genau das. Deutschland leidet unter dem Fehlen russischen Erdgases und zieht die Eurozone nach unten. Die größte Volkswirtschaft der EU hinkt derzeit den anderen Mitgliedstaaten hinterher. In den jüngsten Prognosen der Kommission zum Wirtschaftswachstum schneidet im Euro-Raum niemand so schlecht ab wie Deutschland. Das ist natürlich wirklich alarmierend. Es geht ja nämlich darum, wie läuft es denn bei uns weiter? Was wird an Waren und Dienstleistungen produziert und was kann verkauft werden? Wir haben jetzt tatsächlich doch hier einige hausgemachte Probleme offensichtlich. Und hier steht es auch, der Ausfall bei den russischen Erdgaslieferungen trifft Deutschland besonders hart. Rund ein Viertel der in der deutschen Getränkeindustrie eingesetzten Energie ist Gas aus Russland. Ja, und hier steht es. Eurozone vor Rezession, trotzdem kleines Wachstum 2023. Noch Mitte Juli war man in Brüssel überzeugt, dass die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union im kommenden Jahr um 1,3% wachsen würde. Weniger, zwar als im Frühjahr gedacht, 2,4%, aber immerhin noch eine einigermaßen kräftige Zunahme. So, und jetzt düstert sich das Ganze doch enorm ein. Jetzt kommen wir in den negativen Bereich. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, hier steht es. Der Optimismus ist vorbei. Deutschlands Bruttoinlandsprodukt, also all das, was in einem Jahr an Waren und Dienstleistungen in einem Jahr produziert wird, soll laut der am Freitag veröffentlichten Herbstprognose um 0,6% schrumpfen. Also jetzt geht es sogar zurück. Dann wären wir in der Rezession. Genau. Und das wird jetzt auch von offizieller Seite, auch von den Politikern teilweise schon gesagt, dass wir nächstes Jahr in der Rezession kommen. Kein anderes Land mit dem Euro schneidet so schlecht ab wie Deutschland. Also, Deutschland schlitterte besonders nach der Covid-19-Pandemie in Turbulenzen mit globalen Lieferketten. So musste etwa die Autoindustrie wegen fehlenden Chips die Produktion drosseln und kaum begannen sich an Ende diese Engpässe abzuzeichnen, hat Russland die Erdgaslieferung weitestgehend eingestellt. Ja, die hektische Suche nach dem Ersatz trug zum rasanten Anstieg der Energiepreise bei. Energieintensive Zulieferindustrien haben deshalb ihre Produktion zurückgefahren. Und so weiter und so weiter. Da haben wir die Inflation, die Kaufkraft der Konsumenten geht deswegen zurück. Man erhält weniger für den Lohn. Und hier sieht man es in dieser Übersicht, das ist ganz schön mal dargestellt. Quelle EU-Kommission, Wachstumsprognose, Bruttoinlandsprodukt 2023. Das ist natürlich so ein Vorbehalt, was ist eine Prognose? Ja, aber Irland 3,2%, Malta 2,8%, Spanien sogar 1% und EU-Durchschnitt 0,3% und Deutschland hier minus 0,6%. Ja, gleichzeitig haben wir noch das Inflationsthema und klar, die Bild-Zeitung macht natürlich jetzt einen Riesenaufriss draus und viele sind natürlich jetzt auch sauer auf die aktuellen Politiker und sagen, die sind für alles verantwortlich. Aber das ist natürlich eine langfristige Geschichte. Ja, das wurde ja langfristig alles so aufgebaut. Diese Abhängigkeiten, da ist jetzt nicht nur die jetzige Regierung dran, sondern das wurde ja langfristig schon so initiiert. Und das ist natürlich generell das Problem, wenn man sich zu sehr abhängig macht von außen. Da sehen wir nämlich genau das, was jetzt passiert und ich denke, es ist auch ein Nachteil mit der Globalisierung, wenn man sich eben zu sehr vernetzt und zu wenig autark ist, zu wenig selbst wichtige Rohstoffe produzieren kann oder sich von einem Land zu sehr abhängig macht. Das ist immer so eine Sache. Sei es jetzt im Privaten, wenn man sich von einer Sache zu sehr abhängig macht oder sei es eben auch hier im Großen auf ein Land bezogen. Ja, trotz alledem ist das, was uns hier erwartet, ja, erstmal nicht besonders schön natürlich. Und wir wissen ja auch gar nicht, das sind Prognosen. Wenn irgendwas jetzt noch schlechter läuft als gedacht, dann kann es auch ganz schnell noch schlechter aussehen. Ja, und deswegen muss man das Ganze jetzt mit Vorsicht genießen und weiter beobachten. Ja, würde mich interessieren, wie du das Ganze siehst, gerne mal unter dem Video kommentieren. Wir werden das Ganze weiter beobachten und natürlich auch hoffen und alles dran setzen, hoffentlich, dass wir weitere Alternativen, gerade bei den Energieversorgungsmöglichkeiten, auftun können. Aber es ist ja echt sehr, sehr schwer und all das, was im Moment geplant ist und in der Mache ist, sei es Windkrafträder und so weiter, ist auch nicht mal eben so von heute auf morgen gemacht. Und was das auch für Nachteile mit sich bringt, ja, das steht dann eventuell auch auf einem anderen Blatt. Also man muss da wirklich jetzt knallhart am Ball bleiben. Joa, besten Dank für die Aufmerksamkeit und gerne abonnieren, liken und bis zum nächsten Video. Bis dann.